Na, hast du schön die Wand angekotzt, wie ich es dir in der letzten Episode geraten habe? Herzlich Willkommen zurück bei DBMLP WÜIEGDG. Ich kann es gar nicht mehr aussprechen. DBMLP WÜIEGDG. Ich muss das mal wieder auswendig lernen oder mir aufschreiben. Ich versau das total in letzter Zeit. Aber jedenfalls sind wir hier zurück. Wir waren unglaublich produktiv und effizient in den letzten beiden Episoden. Wir sind nicht zweimal gestorben, haben nicht zweimal unglaublich wertvolle Items verloren. Nein, nein, das war ein komplett anderes Let's Play. Wie kommt ihr nur auf diese unglaublich bescheuerte Idee? Deswegen werden wir in dieser Episode mal was ganz Neues machen. Das haben wir noch nie erledigt in diesem Let's Play hier, meine lieben YOLO-Boys und Muschi-Swagger. Denn wir werden in diesem Fall unser Haus weiterbauen. Wow, ist das eine krasse Innovation. Mir kommt es direkt aus dem Enddarm wieder von vorne raus. Das ist doch, also da freut sich doch jeder ein Spitzknopf wie nix, oder? Oder freust du dich vielleicht, ist das? Ja, du freust dich doch bestimmt. Ja, guck mal an, wie du dich freust. Na, du kleiner Schlingel. Jetzt hatten wir jedenfalls mal zwei Episoden Action. Da kann ich mich wieder für 300 Episoden nichts tun rechtfertigen. Hoffe ich doch jedenfalls mal. Das ist echt, Alter, unsere ganzen Items sind weg. Das ist eigentlich, eigentlich sollte ich mich echt viel mehr aufregen. Ich habe ja wenigstens ein bisschen was. Also hier ein bisschen Gold habe ich noch da, ja, ein bisschen, bisschen Stöcker, nennt man das ja, umgangssprachlich. Das habe ich mir wenigstens gespeichert. Also was heißt gespeichert? Ich habe es hier gelassen, das war eine ganz schlaue Idee. Aber ansonsten könnte man sich schon selbst ein bisschen auf den Sack gehen. Moment, was wir auch noch brauchen, ist eine Ho, ja, eine Hure. Eine wunderschöne Hure. Eine Goldhure in diesem Fall, eine Edelnutte. Die braucht man direkt mal. Hat hier jemand Erfahrung mit Edelnutten? Ich hoffe ja mal schwer nicht. Genau. Hat einen Zuschauerkreis von hauptsächlich Jugendlichen. Und dann frage ich, ob ihr schon Erfahrung mit Edelnutten habt. Das ist ganz großes Kino. So, das ist hässlich so. Behaupte ich mal spontan. Das ist hässlich so. Das ist mein Teil. Ich habe es in dem Don't Starve Let's Play schon erzählt. Oder vielleicht kommt die Folge aus Online. Aber ich habe Rammstein live gesehen. Und, äh, ja, ich will immer nicht so viel davon erzählen. Weil sonst wissen ja die Leute möglicherweise, auf welchen Festivals man mich so antreffen kann. Oder auf welchen Konzerten und so weiter und so fort. Also Rammstein habe ich tatsächlich eher unfreiwillig live gesehen. Aber die haben schon eine recht geniale Live-Show. Ich kann mal davon erzählen, so ganz out of context, wie das denn so abläuft. Also Rammstein kennen ja die meisten von euch bestimmt von Amerika. Amerika. Ja, davon kennen das die meisten. Oder von Reise, Reise. Oder von Mein Teil. Und all den möglichen anderen Songs, die man halt irgendwoher kennt. Und das ist halt eine sehr, sehr erfolgreiche deutsche Band. Auch international tatsächlich. Das möge man kaum vermuten teilweise. Aber ist doch so. Und, äh, zu einem sehr, sehr großen Teil eben auch wegen ihrer Bühnenshow. Ja. Und die Bühnenshow ist tatsächlich recht bombastisch. Das ändert nichts daran, dass die Musik unglaublich scheiße ist. Äh, wir hatten da ein sehr, sehr lustiges Erlebnis. Äh, ich habe da dann so spaßeshalber mit dem Kumpel eben so mitgemacht, als wären wir die absoluten Hardcore-Rammstein-Fans. Und, äh, dann war halt tatsächlich ein Hardcore-Rammstein-Fan nebendran, der irgendwie mit seiner Freundin oder seiner Schwester oder wer auch immer das war. Das kann man ja manchmal tatsächlich bei manchen Leuten nicht einschätzen. Die waren dann ihre Freundin, als wäre es, äh, ihre Schwester, als wäre es ihre Freundin. Ist immer ein bisschen komisch. Jedenfalls, äh, so, so, so ein Typ halt, ne. Und der hat das halt alles so, äh, also zwei Typen hatte ich tatsächlich. Ich hatte einen, der war so ein bisschen älter. Rammstein hat sehr viele ältere Fans, habe ich das Gefühl, so Mitte 40, so um die Richtung. Und, äh, der hat halt erst mitgesungen und hat dann so gesehen, wie ich halt so im Spaß mitgesungen habe, als kenne ich den Text und so. Und hat das, glaube ich, so aufgefasst, als kenne ich das alles. Hat mich dann so angelächelt, so richtig so, ja, geil, dass der so mitmacht. Ist drum und dran. Wir waren relativ weit hinten. Da freut sich dann wahrscheinlich ein Rammstein-Fan, wenn er doch noch jemanden hat, der das Ganze anscheinend auch geil findet. Und, äh, dann hatte ich noch einen Typen, da war es dann auch so ähnlich, der hat dann so richtig abgedanzt. Und ich hab da eben, also, ich dachte mir halt, wenn ich auf dem Konzert bin, ja, wenn ich mir das schon reinziehe, dann mach ich da aber auch schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise richtig mit. Und genau das hab ich dann halt auch getan. Wie gesagt, meine Musikrichtung ist es nicht so ganz, äh, obwohl es vom Instrumentalen her, ja, so von den Gitarrenriffs und so, klingt Rammstein eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jedenfalls zurück zum Thema, äh, das Konzert war an sich, boah, da hält das Gold kurz, das ist ja nicht zu fassen, war das Konzert, äh, einfach, einfach, einfach krass. Also extrem viel Feuer, extrem viel Pyro-Technik, Feuerwerk an allen Enden, Böller hier, Böller da und dann hat er irgendwie noch einen Teamkollegen direkt live auf der Bühne mehr oder weniger in den Arsch gebumst und, also, das ist jetzt kein Joke an dem Punkt, hat irgendwas rausgeholt, womit er in die Menge gespritzt hat. Am Ende hat er eine riesige, eine riesige Peniskanone, womit er in die Menge gespritzt hat. All so ein witziger Scheiß, also da, da ging, ging, ging es echt ab ohne Ende. Das war, war ganz, ganz, äh, großes und sehr, sehr witziges Kino, nenne ich das mal an der Stelle. Das habe ich, wie gesagt, auch schon im Don't Starve Let's Play ein bisschen angerissen. Hier dachte ich mir, ich erzähle ein bisschen ausführlicher. Cross-Promotion sozusagen, weil ich denke, dass den Leuten, denen Don't Starve gefällt, denen gefällt bestimmt auch Minecraft, ja, und den Leuten, denen Minecraft gefällt, gefällt bestimmt auch Don't Starve. Deswegen, äh, falls ihr noch nicht in das Don't Starve Let's Play reingeschaut habt, es ist definitiv noch nicht zu spät einzusteigen. Das ist auch sehr, sehr spannend gehalten, eben mit einer bestimmten Anzahl an Toten. Danach wird das Let's Play enden, also so eine ähnliche Limitierung wie hier mit den 69 Folgen. Obwohl ja hier das Let's Play nicht für immer endet. Bei Don't Starve ist es tatsächlich für immer. Das ist kein Let's Play, das ich auf ewig durchziehen möchte. Aber, äh, wie gesagt, es könnte bestimmt auch dir gefallen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du vielleicht mal vorbeischaust bei diesem Let's Play von Don't Starve. Ein sehr, sehr schönes Spiel, möchte ich behaupten. An dieser wundervollen Stelle. Meine, meine, meine tun ist gut. Haltet ein, ihr Schurken, es ist so. Kettigen Passwort. Ja, hab ich mal kurz noch so eine kleine Harry Potter Anspielung mit reingebracht. Ich bin ja richtig, richtig stolz auf mich. So, äh. Hm, 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 hm. Machen wir mal hier kurz so. Ich muss sagen, Don't Starve hat mehr Spaß heute gemacht aufzunehmen. Ja, ich hab da, wie gesagt, schon eine Don't Starve Session hinter mir. Die war an sich ein bisschen witziger. Aber das liegt bestimmt auch daran, dass ich hier zweimal verreckt bin. Da würde ich auch nicht mehr viel lachen. Und die, die Schaufel geht so schnell am Arsch. Finde ich voll übel. Ja, schon wieder ist sie kaputt. Ich werde mich übrigens mal hier irgendwie, ich schreibe mir das jetzt auf. Ja, live. So, guck mal, hier da, ne. Ein Zettel. Zack. Äh, boah, mein Handgelenk fühlt sich heute wieder so komisch an, ne. Da habe ich ja so ein bisschen ein Wehwehchen. Wollen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber vielleicht, vielleicht irgendwann mal. Gehen wir irgendwann mal auf meine Wehwehchen ein, ja. In der kommenden Neujahrsansprache. Gerade heute ich dann nur rum, anstatt irgendwas zu erzählen, was euch irgendwie interessiert. Ja, in der kommenden Neujahrsansprache. Wir haben, wir haben Juli und ich rede über Neujahrsansprache. Das ist schön, da sieht man, wie weit ich vorausplane. Also, ich schreibe mir auf. Da hört ihr auch mal, wie das klingt, wenn ich nicht direkt ins Mikro spreche. Habe ich hier noch irgendwas, womit ich das markieren könnte? Nö. Außer mit meinem eigenen Blut, das aus meinem Handgelenk tropft. Denn, äh, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich erzähle das jetzt natürlich total ernsthaft. Das ist abgehackt, das Handgelenk. Das ist so wie beim, ähm, beim, 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 äh, halbköpfigen Nick oder wie auch immer der heißt. Oder beim teilköpfigen, ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Äh, von Harry Potter. Das heißt, das wurde mal abgetrennt, das hängt nur noch an so einem Faden rum. Und deswegen blutet das halt andauernd immer so ein bisschen auf die Tastatur und so weiter und so fort. Und damit markiere ich halt immer auch alles, was ich irgendwie irgendwo mal brauche, ne? Also, Briefköpfe zum Beispiel oder wichtige Sachen in der Schule. Also, ich gehe ja inzwischen nicht mehr zur Schule, aber da habe ich das dann immer markiert. Also, all so, all so, all so tollen Kram, ne? Das ist richtig, ich kann, ich kann sagen, ich gehe nicht mehr zur Schule. Aber Battleboy Basti geht noch zur Schule. Gut, jetzt lass das doch mal mit dem scheiß Ge-Rappe. Ja, lass das doch mal, ich bin voll aufgewacht. Halt die Fresse, Walter, ich will niemand hören. Ist es eigentlich Walter oder Herbert? Ich nenne ihn einfach mal Walter Herbert, dann kann ich keinen Fehler mehr machen. Also, wie ihr seht, ne? Ich baue hier voll aus. Und ich mache das auch ganz schön professionell. Finde ich. Zack, 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 zack. Wer übrigens also mal so nebenbei möchte ich mal erwähnen, ich habe mal wieder mit meinem Manager geredet, ne? Die Folgen, die bekommt zwar, seit ich da mal so ein bisschen den Appell an euch gerichtet habe, bessere Likes. Die erste Folge hat, glaube ich, inzwischen auch so etwa 10.000 Aufrufe. Ich habe da jetzt leider die reellen Zahlen reinbekommen und muss auch nach wie vor sagen, ich bin richtig, richtig enttäuscht von meinen Beliebers. Ich hätte da ein bisschen mehr von euch erwartet, meine kleinen Swaggers und Yolos. Ey, das ist wirklich ein bisschen heftig, ne? Und Moneyboy hat mir auch gesagt, sichert mir keinen Support mehr, wenn das so weitergeht. Und wenn die Folgen jetzt nicht bald regelmäßig auf mindestens 1.000 Likes landen, dann bekomme ich wahrscheinlich kein Geld mehr und dann auf der Straße, ne? Und dass die erste Folge halt nach wie vor irgendwie so bei 10.000, das ist echt, das ist lächerlich, ja? Es ist einfach, damit kannst du dich auch nicht auf die Straße trauen. Also neulich ist meine Mutter hergekommen, ja? Hat gefragt, hat nicht, also nicht nach meinem Abi-Schnitt, ne? Hat nicht nach meinem Abi-Schnitt gefragt. Er hat gefragt, äh, Junge, sag doch mal, wie viel hat denn, äh, die erste Folge von deinem, äh, DBLP-WÜI-GDG? Und da habe ich sagen müssen, ja, du, ich habe seit neuestem die, die reellen Zahlen drin. Und das war wirklich seit langem, seit langem mal wieder ein Moment, wo ich meine Mutter, meine Mutter weinend in den Armen lag, ja? Ja? Jetzt kommt alles wieder hoch. Okay, jetzt lassen wir mal hier die Scheiße. Ich möchte halt noch ab und zu die parodistischen Elemente mit reinbringen, nur damit ihr hier das einordnen könnt. Ich liege natürlich nicht wirklich, meine Mutter weint wegen Aufrufzahlen in den Armen. Das sollte klar sein. Und falls es nicht klar ist, fickt euch ins Knie. Ja, auch du, du hässliches Scheiß-Schaf da vorne. Wenn euch diese Folge, genau, versprechen wir uns erstmal gut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst einen wundervollen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Auch wenn ihr das erste Mal auf dem Kanal gelandet seid und das das erste Video ist, das ihr von mir seht, dann abonniert den Channel doch bitte und all diesen anderen Kram. Empfehlt das beste Minecraft-Let's-Play der Welt weiter. Wenn du es noch nicht getan hast, dann bist du wirklich eine richtig dreckige Hure. Ja, ich beleidige meine Zuschauer, denn ich darf das. Denn das ist das beste Minecraft-Let's-Play, wo es überhaupt ein ganz Ding gibt. Ich bin Judo, Swaggerboy, mein Name ist Kevin, ich bin zwölf und tschüssi. Oh.